Wird hergestellt. Aufnahme stoppen. Leute, jetzt kommen bei Android in Köln mehr. Ich hab hier schon das Tablet. Ich weiß nicht genau, was in der Packung ist, aber es lädt hier jedenfalls. Bildschirm ausgeschaltet. Sperrbildschirm. Und ja, was bleibt zu sagen? Es bleibt zu sagen, WLAN habe ich schon eingerichtet. Mikrofon ein. Aufnahme stoppen. Bildschirm auf. Der ganze Bild. Skype. Aus. Aus. Stromspann. Aus. Auswahl. Bildschirmaufnahme. Taste. Also sorry, aber das konnte ich nicht aufnehmen, denn war ein Datenschutz und jetzt geht's mal weiter hier. Ich hoffe ihr hört das, aber ich denke mal werdet ihr schon. Bildschirm eingeschaltet. WLAN. Volle Signal. Batterie Carging. 77%. Batterie. Auswahl eines WLAN. iPhone von Mars. Verbunden. Einstellungen. Telek. Wolters. Netzwerk. Mac Address. WLAN ausschaut. Taste. Weiter. Samsung Einrichtungsassistent. Nach Updates suchen. Nach Updates suchen. Nach Updates suchen. Nach Updates. Updates werden installiert. Updates. Nach Updates. Updates werden installiert. Letztes Element. Oh nein. Nach Updates suchen. Das wäre Daten saug hoch 10. Apps und Daten kopieren. Oh. Apps und... Du kannst festlegen, was auf dein neues Gerät übertragen werden soll. Deine Apps, deine Fotos, deine Kontakte, dein Google Konto und mehr. Nicht kopieren. Tab weiter. Taste. Weiter. Nicht... Da haben wir nichts. Bitte warten. Ja... Kontereinrichtung. Daten werden überprüft. Daten werden überprüft. Anmeldung mit dem Google Konto anmelden. Weitere Informationen. Anmeldung mit dem Google Konto anmelden. Weitere Informationen. Webfiel. Ne Webfiel. Ja, wie gehen wir durch? Anmeldung. Über... Mit dem Google Konto anmelden. Weitere Informationen über Google Konten. Schaltfläche. Feld bearbeiten. E-Mail oder Telefonnummer. E-Mail. Deutsch, Deutsch quercs angezeigt. Symbolleiste erweitern. Ja, man muss jetzt sagen, die Tastatur. Ich weiß nicht, wie das ist, aber sie hat sich verändert. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Das ist ungewohnt. Nämlich... Wir machen mal einen Finger hier. Drauf. Acht. I-U-K-N. Leertaste. Ja, die Tastatur ist ganz hinten. Also ganz unten am Tablet. Ach, vielleicht noch was zum Aussehen. Ja, es ist sehr flach. Rechts unten, wenn ich so hinlege. Wo die Home... Also, dass das Ladekabel nach links ist, ist die Kamera. Dann an der rechten Seite oben der Ausschaltknopf und dann die beiden Lautstärke-Tasten. So. Ja, wenn... Meine E-Mail, die kann ich euch ja zeigen. Das ist einfach mal als Test. Denn wir können jetzt mal wischen. Leertaste, Alt, Symbole, C-T, Shift, Ist, Punkt, Komma, M, N, M, Mart, H. Das ist ein bisschen wie bei iOS jetzt. Da klicken wir mal. M. Elemente 1 bis 1. A. A. E. M. R. R. Er klickt nun mal, wenn ich die Büro... Deswegen denke ich manchmal immer, der will... E. Äh. Emil. F. Das ist ein Tipp. E. E. Kessa. Kessa. T. T. Kuiwe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Samsung TTS halt. E. Meine Adresse vergessen. Bearbeiten. Marsch. Feld bearbeiten. Warte mal. Ende. T. S. S. R. A. A. T. 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 S. Ich hoffe, wir können das hier... E. Meier Adresse. Verklar... Weit... Überspringen. Schaltfläche... Schaltfläche... Weiter... Schaltfläche... 9... O. J. Y. Marzos... In der Liste... O. L. Ludwig. K. A. Zurück. R. Gelöscht. A. Gelöscht. E. Aus. M. Gelöscht. Elemente 1. Aus. Aus. Ein. Lichtens... Breite Rahmen. Aus. Aus. Ach. Ey. Was wäre denn das? Ausgeschaltet. Satzzeit. Sprech. Tonfet. A. Zurück. Bearbeiten. S. C. Deutsch. Deutsch. Quertz. Angezeigt. Bildschirm ausgeschaltet. Sperrbildschirm. Was schiebt denn das Ding jetzt? Bildschirm eingeschaltet. S. E-Mail Adresse vergessen. Schaltfläche. Anmelden. Verkleinert. Weiter. Verkleinert. Konto erstellen. Überspringen. Tastatur verborgen. Überspringen. Schalt zurück. Schaltfläche. Überspringen. Schalt weiter. Schalt verkleinert. E-Mail Adresse vergessen. S. C. Feldbeab. Deutsch. Deutsch. Querts. Aus. Tonfeedback. Sprechgeschwit. Sprechgeschwit. Ein. Satzzeichen. Aus. Ausgeschalteter Bildschirm. Aus. Breite Rahmen. Aus. Ein. Ausgeschalteter Bildschirm. Das ist der Bildschirm vorhin übrigens. Breite Rahmen. Aus. Ein. Ein. Aus. Lichtsensor. Ein. Aus. Ach so. Ja was das ist, das check ich nicht. Benachrichtigung. Aus. Aber die Kamera. Ja das ist Benachrichtigungsleistung. Die streiche mit drei Fingern von links nach rechts. Das ist. Tonfeedback. Ein. So jetzt kann man es mal entspannt machen. Ein. Ach so ja. Wir müssen jetzt mit drei Fingern nach unten wischen und dann hat man hier. Zeichen. Wörter. Zeilen. Titel und Re. Links. Steuerung. Zeichen. So eine Art Rotor. Ende. Ende. Ja das müssen wir mal löschen hier. Weiter. I. M. K. U. Siegel. Modi. 6. U. 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 Ü. Zurück. Ah jetzt weiß ich wie es aufgebaut ist. Natürlich. Äh das ist halt so wie beim Tablet. Da sind auch unten die Zurück Tasten und so. Aber es ist jetzt hier. E-Mail Adresse ver- Bearbeiten. SC. Feld bear- Ende. Ende. Z-R. E-T-T-T-T-T. D-L. Und öffnen. Zurück. Z-Gelöscht. I. So noch mal ein Versuch. Ähm. M. Elemente. A. A. E. R. R. D. 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 Z-L. zeppelin weiter bearbeiten marxfeld bearbeiten e mail aus ein noch tastatur verborgen anmeldung anmelden mit dem gut weitere in marxfeld deutsch-deutsch-querts angezeigt zeichen ende die fehler ungültiger eintrag ende die die 8 i l k red c h h elemente 1 0 über f f f k m m a shift ist a a k elemente 1 bis 3 er taste semikolon element 1 1 wird angezeigt dass man erwischen kann und man hat die zahlen noch oben 9 9 8 8 ist schön in dem punkt shift ist komma m c t symboler alt er hat alt alt k l m k k l m m A, A, Acht, O, I, I, E, Ärger, Shift ist aus Ö, Ö, L, L, Komma, Punkt, Punkt, Elemente, F, K, X, Sand, T, 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 K, Element 1 von 1 wird angezeigt. 9, P, O, O, J, U, N, M, M, Verkleinert, E-Mail, Bearbeiten, March Hoffmann 0908 at gmail.com, Feldbearbeiten, E, Verkleinert, Weiter, Schaltfläche, Tastaturverborgen, Willkommen, Deutsch, Deutsch, Passwort anzeigen, Schaltfläche, Bearbeiten, Passwort ausblenden, so, an dieser Stelle, March Hoffmann, Bearbeiten, Feldbearbeiten, Passwort angeben, WLAN, Bluetooth, Umschalttaste, Recht, Auswahl, Auswahl, Besteuerungen öffnen, Mikrofon, Auswahl, Mikrofon, ein, mal kurz ausschalten und ich melde mich, wenn ich fertig bin, einen Moment, Mikrofon aus, komоп World 1, 251, 251, 261, 262, 372, 362, 376, 386, 319, 374, 398, 384, 323, 372, 398, commanders 050, 378, 390, 411, Untertitelung des ZDF, 2020 So, mein Leute, was man nochmal sagen muss, manchmal nimmt der andere Zeichen, das ist auch seltsam, so, ich komm gleich zurück. Wir sind fertig, ich will nochmal kurz überprüfen. Ja, wir sind fertig. Passwort, weiter, Passwort, Anzeige, Passwort, weiter, Schaltfläche, Tastatur verborgen, willkommen, Webfiel. Webfiel, ja, herrlich. So, es liegt auch ganz gut im Schoß, muss ich sagen, also besser als mein anderes Tablet, dafür kann man es, oh, ich will mal testen, eigentlich kann man es in die Hand nehmen, aber ja doch, geht eigentlich. Willkommen, wir veröffentlichen die Nutzungsbedingungen von Google, damit Sie wissen, was Sie bei der Nutzung unserer Dienste erwarten können. Wenn Sie ich stimme zu anklicken, erklären Sie sich mit diesen Nutzungen, wir veröffentlichen die Nutzungsbedingungen von Google. Sie stimmen auch den Nutzung zu, in der Daten von Google, ich stimme zu, Schaltfläche, Daten werden überprüft, Kontrauinformationen werden abgerufen. Ja, mach, haben wir Zeit. Ich habe noch nie ein Android alleine eingerichtet. Ja, chill dich ab, du hast Zeit. Noch ein paar Stündchen. Ich denke mal, so lange wird es nicht dauern. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen heute. Setup Wizard. Lass dir von Google Assistant zeigen, was angesagt ist. Überschrift 1. Das hat er auch noch nie gemacht, oder ich weiß es nicht, aber ich glaube, das hat er nicht gemacht. Frag Assistant nach den folgenden beliebten Dingen. Nachdem du, erzähl mir ein, sende eine Nachricht. Wie ist der Verkehr? Weiter, Taste. Google oben, unten. Google Dienste. Google Dienste. Markhoffmann 0. Sicherung und Speicher. Verkleinert. In Google Drive sichern. Mit An. Wechseln für in Google Drive sichern. Standort. Verkleinert. An. Wechseln für Standort verwenden. Verkleinert. WLAN Suche zulassen. An. Wechseln. Geräte Wartung. Verkleinert. Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden. An. Wechseln für Nutzungsdaten und Fehlerberichte. Aus. Das muss jetzt nicht sein. Verkleinert. Updates und Apps installieren. Durch Tipp. Akzeptieren. Durch tippen auf Akzeptieren werden die ausgewählten Einstellungen für diese Google Dienste bestätigt. Ja. Akzeptieren. Schutz Ihres Tablets. Elemente 1 bis 5 von 5 werden angezeigt. Schutz Ihres Tablets. Das klingt gut, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Schutz Ihres Tablets. Verhindern Sie, dass andere Personen dieses Tablet ohne ihre Erlaubnis verwenden, indem sie die Geräteschutzfunktionen aktivieren. Ach so. Zweimal tippen zum Aktivieren. Ach so, ach so, ach so. Das ist PIN und Passwort. Gesichtsaerkennung. Oh. Muster und Gesichtsaerkennung. Ich wusste nicht, dass der Gesichtsaerkennung hat. Ich will es nur mal ausprobieren. Obwohl, das mache ich später mal. Ich habe Schiss, dass das nachher... Ich denke mal, so ein Kram können wir überspringen. Das ist privat. Das werde ich irgendwann mal die nächste Zeit machen, aber nicht hier im Video. Überspringen. Ich habe keinen Bock, das Mikro nochmal aufzuschalten. Sie können nicht verhindern, dass andere ihr Tablet verwenden, wenn es verloren geht oder gespulen wird. Ach so, ne, dann nicht. Zurück. Überspringen. Zurück. Ne, ich überspringe das mal. Zweimal tippen zum Aktivieren. Das wird man in der Einstellung ja noch einstellen können. Einrichtung abschließen. Google Play. Ein paar Kleinigkeiten werden angepasst. Ein paar Kleinigkeiten. Dies kann einige Minuten dauern. Ja, mach. Fortschrittsanzeige. Letztes Element. Fortschrittsanzeige? Wie viel Prozent denn? Überspringen. Mit Google fortsetzen. Anmelden an ihrem Samsung-Aktzont. Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, was war denn das. Smart-E-Mail oder Telefon. Feld bearbeiten. Passwort. Feld anmelden. Tasten. Ja, das braucht man für Bixby noch, aber ich weiß nicht mein Dings mehr. Obwohl, der hat gar keine Bixby-Taste. Mikrofon. Ein. Taste. Pack, anmelden, ID suchen oder Konto erstellt mit Google fortsetzen. Überspringen. Taste. Das können wir überspringen. Möchten Sie dies alles verpassen? Möchten Sie dies alles verpassen? Was denn? Samsung Cloud. Zusätzlichen Speicher erhalten und Daten mit mehreren Geräten teilen. Ja, das wäre in Ordnung. Bixby. Interagieren Sie auf neue Art und Weise mit Ihrem Tablet. Sportify. Sportify bietet so viel Musik, wie Sie nur wollen. Sportify auch. Ja, ist... Find my mobile Galaxy Store. Exclude sicherer Ordner. Ihre Samsung Internet. Blockieren Sie Samsung Members. Unterstützt anmelden. Überspringen. Ja, ist ja gut. Samsung anmelden. Überspringen mit Google. Machen wir das mal. Google Play Dienste. Fortschrittsans. Sabe. Anmelden Google Konten. Samsung Action. Schaltflag. Benötigt Zugriff auf Ihr Google Konten. Mach auf. Dadurch. Samsung Action. Diese Berechtung. Sprach ein. Weitere. Ihre Alters. Weitere Informationen. Ihr vollständiges Geburtsdat. Weitere Informationen. Ihr Profil. Ihren persönlichen Daten. Weitere Informationen. Weitere E-Mail. Weitere Informationen. Samsung. Event. Nutzungs- und D-Datenschutz. Von Samsung. Google Konto. Le. Können Sie die Zugriffsberechtigungen jederzeit einsehen oder entfernen. Weitere Informationen. Ja. Zulassen. Zu. Abbrechen. Abbrechen. Zulassen. Anmelden Google Konten. Webfilen. Google Play Dienste. Fortschrittsans. Nach oben Navig. Bestätigen Ihrer Telefonnummer. Zur Sicherstellung Ihrer Identität senden wir Ihnen einen Code per SMS. Germani Plus 49. Taste. Zweimal tippen zum Aktivieren. Nummer. Feld bearbeiten. Zweimal tippen, um Text einzugeben. Für langes Drücken. Zweimal tippen und halten. Ja, genauso wie bei TalkBug. Ja, ich mache das mal kurz aus hier. Mikrofon. Ein. Taste. Zurück. Mikrofon. Aus. Verk. идat. Rmiyor. Verk. Schleimmen. Ar vehicles drücken. Hausar. liquids. Das ist passiert. So da camera woman. Import counsor. ajein. Ich mache Miller. Grooc. Serie grad. Verk. 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 Massimo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der ganze Bildschirmaufnahme. Überschrift. So, ich hoffe es klappt. Für uns wird vorbereitet. Ach. Wird vorbereitet. WLAN-Tipps? WLAN wird analysiert. Bei Ihrem Samsung-Aktions-Marchhoffmann 0908 at gmail.com angemeldet. Samsung-Einrichtungsassistent. Ja, es geht. Alles erledigt. Nicht verwendete Apps werden in Standby versetzt, um die Anlaufzeit zu verlängern. Dadurch funktionieren die Apps nicht mehr korrekt. Hier tippen. Um dies zu verhindern, eins Link. Ja, machen wir das. Natürlich. Beenden. Nicht verwendete Apps werden ins... Beenden. Beenden. Oh. Google-Suche. Oh. Google-Suche. Sprach-Wetter. Wetter. Galerie. Kamera. Uhr. Galaxy. Play Store. Ordner. Samsung. Da. Seite 1 von... Seite 2 von 2. Die aktuelle Seite ist die letzte. Eigene Dateien. Samsung Notes. Kontakte. Taschenrechen. Internet. Kalender. Kalender. App-Bildschirm. Suchen. Weitere Ordner. Ordner. Google. Ordner. Samsung. Ordner. Microsoft. Microsoft. Benutzer. Play Store. Telefon. Nachricht. Kamera. Galerie. Uhr. Kontakt. Einstellen. Kalender. Taschenrechner. Samsung Notes. Warte mal. Ich will das mal so zieren. Netflix. Ach Gott. Benutzt. Tipps. Seite 1 von... Seite 1. Suchen. Weitere Ob... Ach da. Pop-up-feln. Sortieren. Ja, da. Genau. Pop-up-feln. Angepasste Reihen. Alphabetische Reihen. Alphabetisch. Startbildschirm. So, das ist besser dann. Suchen. Feld bearbeiten. Ordner. Einstellungen. Ordner. 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 Kalender. Kamera. Kontakt. Nachricht. Netflix. Play. Samsung. Sportiv. Taschen. Tele. Tilt. Uhr. Münd. Seite 1. Seite. Suchen. Feld bearbeiten. Wunderbar. So. Zweimal tippen. Ordner. Ordner. Einstellungen. Einstellungen. Gucken wir uns mal die Einstellung an. Einstellungen. Und zwar die Eingabehilfemeinstellungen. Einstellungen durchsuchen. Samsung Aktion Profitlisten an. Verbindung. Phone. Benachrichtigungen. Ach, das kümmern wir auch noch. Hintergrund. Sperrbild. Biometre. Datenschutz. Standort. Konten und sich. Google. Google. Erweiterte. Digitales. Gerätewartung. Apps. Allgemeine. Eingabehilfe. Voice As. Voice As. Stand ja. Eingabehilfe. Nach oben. Eingabe. Suche. Eingabe. Kontaktieren Sie uns. In der. Eingabe. Suche. Weitere. Verkleinert. Eins. Funktion wird. Bildschirmleseprogramm. Gesprochene Audioführung. Da gehen wir rein. Bildschirmlese. Nach oben. Navigate. Voice Assistant. Ein. Wechseln. Wir werden uns jetzt mal die Einstellung angucken. Zwei. Einführung. Schnelles tippen. Die Samsung Tastatur und die Tasten einfacher nutzen. Indem Sie nur einmal auf die Tasten tippen. Aus. Wechseln. Google 3. Google 3. Zweimal tippen. Einsteigen. Schnelles tippen. Die Samsung Tastatur und die Tasten einfacher nutzen. Indem Sie nur einmal auf die Tasten tippen. Aus. Wechseln. Der Format. Bildschirmlese. Lese Programm. Zweimal tippen zum Aktivieren. Hochformat. Hochformat. Wenn Voice Assistant eingeschaltet ist, gibt Ihr Tablet zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Personen gesprochene Rückmeldungen. Beispielsweise wird beschrieben, was Sie berühren, auswählen und aktivieren. Ja, da kommt noch was wir versehentlich eingeschaltet haben. Da gehen wir jetzt mal in die Einstellungen und gucken uns die mal an. Einstellungen. Elemente 1 bis 19 von 21 werden angezeigt. Hm, 21 Elemente. Nach oben. Einstellungen. Das geht. Text zur Sprache. Ja. In der Liste. Da können wir jetzt mal direkt rein. Nach oben. Text. Bevorzugte Enjin. Samsung Text zur Sprache Enjin. In der Liste. Sechs Elemente. Zweimal. Mikrofon. Ein. Taste. Einstellung. Sprache. System. Sprache verwenden. Ja, Sprache. Zweimal. Sprache. System. Sprechgeschwindigkeit. Langsam. Schnell. Google Fotos. Google Fotos. Mikrofon. Mikrofon. Aus. Mikrofon. . Bildstädk. . . . . . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicht denken, dass das schon war. Bisschen, bisschen blöd. Ja, wir machen das mal wieder an. Bildschirm dunkel. Internet zum Entsperren mit zwei Fingern streichen, Sperrbildschirm, Gerät, Entsperr 5, Benachrichtigung, Benachrichtigung.